Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute Winterschnitt von Two-Timer Himbeeren, hier von Two-Timer Sugana. Die Two-Timer Himbeeren sind ja die Himbeeren, die zweimal im Jahr tragen. An den einjährigen Routen ab ungefähr 10. August. Das sind diese Routen, die hier aufgewachsen sind und die hier oben Früchte getragen haben. Man sieht hier teilweise noch die Fruchtmummien und die Fruchtsapfen der geernteten Früchte. Das ist der erste Ertrag. Und der zweite Ertrag wird an den gleichen Routen hier unten entstehen, und zwar im Juni, Juli dieses Jahres. Also letztes Jahr, im August bis Oktober, haben die Früchte, haben die Sugana hier oben getragen. Und im Juni, Juli des zweiten Jahres, also in diesem Jahr, werden sie hier tragen. Wie schneidet man Two-Timer Himbeeren Sugana? Wenn man eine Reihe hat, wie hier, wir schneiden mal diese drei Pflanzen, geht man folgendermassen vor. Die erste Regel ist, entfernen sie ungefähr die Hälfte der Triebe ganz. Was heisst die Hälfte der Triebe? Man nimmt nicht einfach zufällig jeden zweiten Trieb, sondern man nimmt die dicksten weg und die dünsten. Also, wir haben hier so einen Stock mit Two-Timer Sugana. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Triebe, also fünf müssen weg. Dazu mal die dicksten. Ja, die kann man auch ganz Boden eben wegnehmen. Ja, der bricht schon ab, der war dürr. Ja, eins weg. Ja, der ist auch noch sehr dick, zwei weg. Dann hier hinten noch einer weg. Vier weg. Und dann nehmen wir noch ganz dünne weg, wie diesen hier, diese zwei hier und diesen hier. Und schon haben wir die Hälfte weg. Das gleiche wiederholen wir auch bei den anderen Pflanzen, dass wir ungefähr 15% der Triebe wegnehmen, immer die dicksten und die dünnsten. Was machen wir dann noch? Dann schneiden wir oben noch die Bereiche der Triebe weg, die schon Früchte getragen haben. Man sieht das an den Lateralen, an diesen Seitentrieben, an den Fruchtmumien, die hanggeblieben sind, ganz im Herbst, und an den Fruchtsapfen der Früchte, die abgeerntet worden sind. Also alles, was schon Früchte getragen hat, schneiden wir weg. Und alles andere lassen wir stehen. Hier, das hat fast keine Früchte getragen, das ist ein sehr wertvoller Trieb. Hier hinten, ich habe bis hierher Früchte getragen und hierher Früchte getragen. Und dieser Trieb hier sieht man auch sehr gut. Ich habe bis hierher keine getragen, ich habe hier getragen, also schneiden wir den hier weg. Und dann werden wir diese Triebe entweder an einem Bambus oder am Draht oder wo auch immer noch so stabilisieren, zusammenbinden oder auch einzeln auffächern. Beides ist möglich. Und hier werden wir dann ein zweites Mal im Juni, Juli Früchte ernten können. Wie gesagt, das waren ein paar Tipps zum Schneiden von Two-Timer-Himbeeren im Winter. Mitte Februar ist der richtige Zeitpunkt, bis Mitte, Ende März ist das zu erledigen. Diskutieren Sie mit, was sind Ihre Meinungen, wie schneiden Sie Two-Timer-Himbeeren, was sind Ihre Erfahrungen? Diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren und schneiden Sie weiter. Diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren.